und er mit 2 so gut und er war mir das ich kann er hat mit dem Versager mit dem im Geld ihr habt ECA Prozent Magus war Katz mal fünf Spindern und die 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 das kritisiert die ich mag dort um die klingst die bombe holen wo ist er mit also ich schieße vor allem Ja, hier ist er nicht. Kopfbild ist auch nicht. Ey, ich verrate nicht gerade, wo ich bin, aber okay. Der ist in der Mitte. Im Haus drin. In der Mitte? In der Top drin. In der Basen. Äh, ja, er ist in seiner Base. Oh Gott, jetzt rennt er noch zu B. Boah, Dominik. Dominik, warum bist du... Renn mal ruhig, Alter. Nein. Dobby! Ich kann gar nicht weitergehen. Ich stehe jetzt zum nächsten Spieler. Geh nicht. Dobby. Bewegt die Sprache. Dobby. Schlebi. 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 Das ist. Ich muss blenden, ja. Zehzamen ziegen, zieh, 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 dann zu kurz zum zu. Das, das soll die sagen, als ich betrunken war. Ich hab's bekommen. Noch ein bisschen langsamer, aber ich hab's bekommen. Ich hab's gemacht. Was! Was? Was! Was, Dome, der hat fast drei Kids noch runtergemacht. ich und fliegen genug Woll den Arsch weg gestürzt Scheiben die Tülle schön aufstellen, unaufheblich genau schön nah dran woher weißt du das ja mach bist du ja sie wird aber was das ja man lässt sich wo wir sind der Exitiert alles und ihr wisst es nicht er macht die Wesen der Erkauf bei B seiner D-Laden nicht bei B erinnert mich nicht hat vorbeigelaufen der lagen uhr ja spiel man hat den nicht so gut aber nicht nein weiß ich nicht im treuen es wird einfach bespawnen warum kennt ihr die ganze Zeit? tu mir doch gar nicht genau ich hatte dicke Pros du bist ein Noob nein wir haben die Runde verloren aber es ist noch nicht vorbei ich war auf dem Kopf ne ich war für mich ja dran tja da kann es mal sehen Freunde werden Feinde oh je bam 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 weli in der Freunde ich habe es zutun warum nicht das Ziel zerstört manche diTRR said die wir gerade für die 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 einer rund umer clutch du sagten du verkehren er hat die Bombe gehabt er muss hierhin kommen fest das ist wir haben die Runde verloren aber es ist doch nicht mehr schnell wie es aus dem Markt Fabrik fertig verpackt Dominik packen wir diesmal das Ziel zerstört 3 ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' wir haben die Runde verloren aber es ist doch nicht der Name nehm' ich schließlich nach dem wenn du im ersten Zeitpunkt zoll oh der Zubst! Was nen Zubst? Du sagst du's ne? Das Ziel kann stören Warum? Ich mich einst in Kibitzung gemacht ich auch noch nicht Achso! Feindliche Vorredner! Alter, jetzt zieh mir alle oder was? Farschen Fertig sein like Zuwann Ja, ich habe doch noch diferentes Sie haben auch Nein, es ist doch nicht vorbei Warten wird auch sich auf"? alter da hat es sch 뭔가 stetsche, fast solch als Mitgliedern血� 미국 jetzt schon zu sehen und durchschießen kann so und ja nachher lassen es gibt jetzt durchgerutscht Der ist übrigens bei unserem Bombenspot. Also, da, wo wir gesponnen sind. Ey, weißt du was? Wir haben die Bombe vergessen. Ich weiß. Sag's doch, wo ich noch mit dir da hingehen kann. Und laufst auch noch extra durch. Und hebt doch nicht die Bombe. Oh, jetzt hat der auch noch die Bombe auf. Ich weiß gar nicht, was ist das denn? Nein, Mann. Warum geht das zu a- No. Du laberst nur, Christoph, das war bestimmt. Ich wäre so geil, wie es mir so aussieht. Ich hätte es besser gegengenlaufen. Hast du gehört? Ja. Ich würde sagen, ich habe eine Kontrolle oder mit Maus. Wo nach sitzt das hier für aus? Joe Speed. Das, das ist Joe Speed. Ich schätze mal aus. Ja. Da. Da kommt's vor, oder wenn auch nur Fließende. Lolle! Lolle, es war ein Megalack bei dem. Jetzt leckt voll Hammer. Alter. Mal machen, ich muss mal nichts sagen. Alter. Wir sind das für next. Alter. Das wird mal so. AAAAAAAAHHHHHHHHH! Mann, Mann, mir ist nach Zugleich zu was. Dann habe ich auch nichts gegen. Alter, sei auch richtig schäfft. Was schiebt du noch mal? Ah, ist gut. Etwa gedreht, gedreht. Weckt es immer noch? Dann habe ich keine Ahnung, woran es lag. Ne, nochst du gleich mal. Dann wirst du es wissen, wie gut du hosten kannst. Feindlicher Harrier im Anflug. So ein Camper, Wahnsinn. Ich hab echt... Wie, was soll ich denn sonst machen? Camper. Ich fand's denn einfach nix. Scheiß, du ein Camper. Geiles Dichtiger. Deine Claim Wars, weil die sind immer tödlich. Die sind tödlich. Die sind tödlich. Zum Beispiel der hier. Aufklärungsdrohne online. Mach nicht so, nutzt du. Ja. Du bist der Letzte. Bring die Mission zu Ende. Der ist am Info-Schalter, ne? Nur mal so nebenbei. Also nicht an dem Info-Schalter, sondern bei einem anderen Info-Schalter. Und bei... Scheiße, sollte ich verraten. Und, äh... Scheiße. Könnte aber auch sein, dass er ein Souvenir-Shop ist und sich da gerade ein kleines Souvenir kauft, damit er sich jemals oder nicht mal daran erinnern kann, dass du ihn abgeknallt hast. Ja, übrigens, Dominik, achte mal, ich komme hier nicht mehr raus. Knall dir einfach jetzt ab. Nein, Mann, weißt du, wo du bist? Wo ich bin? Ja, und? Jetzt hast du es aber schon verraten. Ja, ich weiß. Hat sich ein bisschen übel, wa? Das Ziel zerstören. Heul doch. Heul doch. Wie war das bei Worms? Ich habe gelaufen. Der ist ein bisschen zu drinnen. Ach, was war das denn, ich bin dem Mark? Ich habe Lex. Jetzt kommt ja auch mit Lex an. Aber mich weckt das bei an. Ich darf dir sagen, ich gehe nicht mehr auf. Ja, aber ich ist doch weg, dass mich mal. Ich bin noch nicht mehr auf. Okay, jetzt. Der ist so voll, ich kann blarren, hier vorab. Streiten. Ich lade auf. Schau mal ohne hände. das ist was keiner gehört da kann man sehen wie es entdeckt das ist auch 23 schluss auf markt doch nicht ich niemals aufnehmen er bringt die zuschauer zum kotzen mit dann schluss nach der war nichts die Bombe wurde platziert dann hat sich nun gelaufen ich schätze mal jetzt irgendwo hinten so rechts nehmt der Dings der Mutter den Füßen, Mario der kann nur Messer, ne? der kann doch nur campen aber immerhin besser als der Achtung weil früher habe ich kein einziges Messer hier gekriegt, ne? jetzt nur noch ich kann nur Prost hey Mark, weißt du was? scheiße hey Mark, weißt du was? du bist scheiße was weiß ich das denn, Junge? hehehe scheiße ach der zu flash, ich war hoffentlich Süpern hehehe jetzt, jetzt, ich will ja vormrum springen leu hehehe, was machst du da, Mario? ich wollte einen coolen Trick machen hehehe Mark, was, warum, muss ich das wissen? ich hab dir das hingeguckt und wenn du nicht dadurch kommst, kommst du schon da wir haben die Maupen denn ernst? du zjubst ja, Mark war jetzt zum Flugzeug hingelaufen, so mit einer tube wohlgemerkt oha, Mark, der aufnehmen ist voll angepasst das geht gar nicht weil du nur kämpf und mich halten schnuchst das war eigentlich nöt ja, ich bin doch da, hab ich gerusht wieso schießt du eigentlich noch die Fässer drauf? die Bombe wurde der Platz hier hallo in eh explodiert jetzt hier wie vor er oder musst du aufs Knöpchen drücken mit dem Doppel benutzen drückst dann explodiert es immer, wenn die Doppel zurück weil bei dem Benutzten also was treuert und beantwortet das Ziel verteidigen Hey, lass uns mal kurz Juuu! Alter, Mark! In Ernst! Stopp, du! Boah, das ging aber schnell! Alter! Alter, Alter! Das ging aber ordentlich schnell! Ja, Mark kann ich auch noch so zutuben Das ist ein bisschen schüttler Boah, darf zu holen jetzt! Ich will ihn nur ein bisschen reizen Ich glaube, ich muss gleich kurz vor den ganzen Gedrehen Deine Mama! Du bist so heiß! Alter! Jetzt geht's! Wir alle zählen auf dich! Was ein Nuke! Oh, kannst du längst! Da war doch! Da war doch! Da! Wir haben die Runde verloren! Ey, ich hab Kick-In-Face bekommen! Ach, ich hab Kick-In-Face bekommen! Warte! Ah! Ich hab da genau noch Schad bekommen! Na, Charles! Waffen nach, ey! Das kannst du auch nicht! Tube? Nein! Ich meine einen so einen Kick-Game! Wo mag ich jetzt bin, dann findest du mich niemals! Und jetzt bist du tot! Tube! Wenn du direkt den Tube hörst! Wer ist das erste, was man hörst! Und immer wenn Dominik stirbt, taucht er auf den Tisch! Boom! Scheiße Mario! Ja! Sehr egal Mario! Okay, wenn der Typ über doll sein kann ich jetzt ja immer ein bisschen durchschwenden! Christoph, hinter dir! Schau auf! Wir haben hack'a! Roll 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 hack'a! Alter, ich glaub's nicht! Das tut mir voll leid! Jetzt... Was machst du? Der tut mir voll leid! Weg'a! Hier, wall hack! Suchen unser... Wall hack'a! Wall hack'a! Wall hack'a! Wall hack'a! Wir haben die Bombe! Wall hacks'a! Well! Wall hack'a! Waaaall hack'a! Bhoooo! Das ist ja nicht! Waaall hack'a! Waaall hack'a! Deine Mama, du bist so dick, du bist als einziger übliche Geschenkel. Geil, ne? Wax, was ist ein... Versager. Ah, yeah! Oh, komm, komm. Blech, ganz ehrlich. Puh, schlecht. Mich hört meiner meisten in der Aufnahmen, oder? Ich glaub, ich freie. Oh! Ach, schau, 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 schau. Also, es wurden vier. Und eine fünf. Das war das so, das hier ist Plane. Was? Das vergeht jetzt auf Plane, jetzt ist er da auf diesem komischen Teil. Wirklich, das Jupe für Mark. Und trifft... Warum stirbst du denn nicht? Super. Das ist Plane bei B. Temp, holt Ranger Kimbo aus. Kannst du haupt werden damit? A und gibt da, und start. Samtech, Samtech hatte noch alles. Feuerkraft in dem Jahr. Nachwuchs. Sie ist auch Arsch. Sie ist auch. Feindliche Aufklärung. Aufklärung wurde aktiviert. So wahrscheinlich gerade. Ja. Richtung Sporn. Joachim Scheiß. Lass das. Und kommt jetzt Richtung B. Er ist jetzt im Plane dran. Und... Ich würde aufpassen. Lass. Du hast zwei Züge in dem Geschichten, weil ich mich nicht bewegt habe. Ich bin hier nicht verstanden. Ich bin hier nicht für die nächste Runde. Respekt! Respekt, Digga! Kannst du dich mal anstrengen? Gut gemacht! Ich hab ihn erst mal dahin gesehen. Ich wollte erst mal noch ein bisschen warten, aber ich weiß nicht. Oh ja, wie gesehen. Da knittert er einfach hinter. Komm mal! Abseil auf der Leiter! Aufklärungsdrohne online! Prost! Prost! Fick! Dich! Dankeschön, wenn ich mich nicht töten würde. Mich kann man nicht flashen, du Hornochse! Doch, komm mal! Nein, kann man nicht! Oh, komm mal! Oh, okay! Sperr, du kleiner Meme Bubar! Er ist noch bei seinem Sporen-Dingens. Okay. Das, das halt nicht so gehört, doch! Er hat nicht wirklich keine Erlöhungstronen online! Für die erlöhungstronen online! Oh, okay! Oh, okay! Komm, hörst du nicht! Mach, wo du scheiße wärst! wieso soll er denn nicht stehen, du triffst ja noch nicht mal nicht da rum nein, du hast getroffen, okay warum stirbst du nicht, kriegst du nicht mit, warum stirbst du nicht ha, noob da, wo du scheiße mag es ein flugzeug, das ist jetzt gedacht haha äh, stimmt ja, irgendwas war noch mal, deine scheißgranaten die kannst du dir mal so in den Arsch stecken, ne, und dann den Splint rausziehen nein, tut weh und steht auf au, reißte der Bügel erstmal sonst was weg und dann kommt mir die Bögel auf die Telefonation homo geil, spiel ich würde sagen, dir geht ah züber oder fliegt da ja, man dann schafft sie nicht mal wir wurden besiegt das darf wir sind schon bis zum nächsten bis zum nächsten ab Vielen Dank.